Vers 23 Menschen mit geringer Intelligenz verehren die Halbgötter und ihre Früchte sind begrenzt und vergänglich. Die Verehrer der Halbgötter gehen zu den Planeten der Halbgötter. Doch meine Geweihten erreichen letztlich meinen höchsten Planeten. Erläuterung Einige Kommentatoren der Bhagavad-Gita behaupten, man könne durch die Verehrung der Halbgötter den höchsten Herrn erreichen. Doch hier in diesem Vers wird unmissverständlich gesagt, dass die Verehrer der Halbgötter zu den verschiedenen Planetensystemen gehen, auf denen diese Halbgötter leben. Ein Verehrer der Sonne zum Beispiel erreicht die Sonne und ein Verehrer des Halbgottes des Mondes gelangt zum Mond. Wenn jemand einen Halbgott wie Indra verehren will, so kann er auch den Planeten dieses Halbgottes erreichen. Es ist nicht so, dass jeder, egal welchen Halbgott er verehrt, die höchste Persönlichkeit Gottes erreichen wird. Diese Behauptung wird hier widerlegt, denn es heißt eindeutig, dass die Verehrer der Halbgötter nur die Planeten der Halbgötter erreichen und in der materiellen Welt bleiben, wohingegen die Gottgeweihten direkt den höchsten Planeten der Persönlichkeit Gottes erreichen. Hier könnte der folgende Einwand erhoben werden. Wenn die Halbgötter Teile des Körpers des höchsten Herrn sind, dann müsste man durch ihre Verehrung doch dasselbe Ziel erreichen, wie wenn man den höchsten Herrn direkt verehrt. Dieses Argument jedoch zeugt nur von der geringen Intelligenz der Halbgottverehrer, da sie nicht wissen, welchem Teil des Körpers Nahrung zugeführt werden muss. Einige von ihnen sind so töricht, dass sie behaupten, man könne den einzelnen Körperteilen für sich Nahrung zuführen. Diese Ansicht ist nicht sehr vernünftig, denn kann jemand seinem Körper durch die Augen oder Ohren Nahrung zuführen? Sie wissen nicht, dass die Halbgötter verschiedene Teile des universalen Körpers des höchsten Herrn sind. Und so glauben sie in ihrer Unwissenheit, jeder einzelne Halbgott sei ein gesonderter Gott und ein Konkurrent des höchsten Herrn. Nicht nur die Halbgötter sind Teile des höchsten Herrn, sondern auch die gewöhnlichen Lebewesen. Im Srimad Bhagavatam heißt es, dass die Brahmanas der Kopf des höchsten Herrn sind, die Kshatriyas seine Arme, die Vaishyas sein Magen und die Shudras seine Beine, und dass sie alle verschiedene Funktionen haben. Wenn jemand sich darüber bewusst ist, dass sowohl die Halbgötter als auch er selbst Teile des höchsten Herrn sind, dann ist sein Wissen vollkommen, unabhängig davon, in welcher Stellung er sich befindet. Aber wenn man dies nicht versteht, gelangt man auf die Planeten der Halbgötter, wohingegen die Gottgeweihten ein ganz anderes Ziel erreichen. Die Ergebnisse, die man durch die Segnungen der Halbgötter bekommt, sind vergänglich, weil in der materiellen Welt die Planeten, die Halbgötter und ihre Verehrer alle vergänglich sind. Deshalb wird in diesem Vers klar darauf hingewiesen, dass nur die Lebewesen mit geringer Intelligenz die Halbgötter verehren, da alle Ergebnisse, die man dadurch bekommt, vergänglich sind. Weil der reine Gottgeweihte, der im Krishna-Bewusstsein dem höchsten Herrn hingibungsvollen Dienst darbringt, ein ewiges, glückseliges Dasein voller Wissen erreicht, unterscheidet sich sein Erfolg von dem des gewöhnlichen Halbgottverehrers. Der höchste Herr ist unbegrenzt, seine Gunst ist unbegrenzt und seine Barmherzigkeit ist unbegrenzt. Deshalb ist die Barmherzigkeit, die der höchste Herr seinem reinen Geweihten gewährt, ebenfalls unbegrenzt. Unbegrenzt